ja leute was geht willkommen zu ein lasterfass leute ja letzte folge ist mit mir hier stehen what the fuck, Alter, da kannst du ja überall hin, Krieger ok, dann schauen wir mal, da geht so viele weg sobald sie merken, wir sind aus der Schule raus, werden sie raus oh ja, das verhältn sie ja, und zunächst hier ist jetzt die Tepo, äh, Schäferstation oh, ey, ja gut, ne Scheiße perfekt perfekt Okay Leute, gib mir mal die Treppe hoch. Dina, du hast das Blut. Bereit. Fuck. Scheiße, Mann. Yo! Hast du ihn? Ja. Ich hab's nur gehört, wie er auf mich racht. Scheiße, wir können sie nicht mitnehmen. Mann, können wir... Nein, Alter, come on. Scheiße. Leg mich, Alter. Schere, schere, schere. Ich hab's nur gehört. Ich hab's nur gehört, du hast auch noch nie gefeiert. Ich hab's mir schon gehört. Ich wurde gebissen. Tina ist tot. Seit einiger Zeit haben wir uns auf die Patroule betrunken. Das war so ein beschissener Posten. Kein Infizierten, keines Gars, die nächste Pampa. Ihr Bruder brennt heimlich. Schnapps, what the fuck? Als haben wir Bier getrunken und geredet, das muss ich monatelang so. Wir trocken gerade durch den Lebensmittelladen, als uns die Runner überrascht haben. Ihr Bruder soll wissen, dass es mir leid tut. Ich habe ihn versucht zu retten. Sagt meine Mutter, dass ich sehe dich schön. Alter. Okay, das ist der Karte. Das ist aber krass, Mann. Gut. Okay, zweite Lage. Alter, wie groß ist das, Mann? Und da ist noch was. Ja, leer. Geil. Oh, und das? Was machen wir? Ja, okay, ne Sammle Karte, noch ne Karte. Wir machen noch einen Minikits. Ich weiß mir, er hat dann auch einen Molotow genannt, also Minikits. Nein, ich verbliebe. Ja, okay. So viele Wege. Ist ja nicht mehr normal. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter, ne? Okay, hier geht's schon mal nicht weiter, ne? Achtung. Warum haben sie Tommy und ich nicht getötet, als sie die Gelegenheit hatten? Ich weiß nicht. Leichtsinnig. Vielleicht sind sie dumm. Hat er sich? Eine gute Frage. Vielleicht. Ach. Vielleicht war die nun nicht die, nach denen sie gesucht haben. Also haben sie euch gehen lassen. Sie haben uns ganz schön verprügelt. Der eine Typ, Jordan, hat mir ins Gesicht getreten. Ja, aber warum haben sie es nicht zu Ende? Ist doch egal. Sie haben's verkackt. Stimmt wohl. Ja. Oho. 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 Und herausfinden, was sie weiss. Und herausfinden, wo die anderen sind. Und dann weitersehen. Willst du sich fragen, warum sie es getan haben? Ja. Erinnert dich irgendwas davon an das, was Joel über seine Vergangenheit gesagt hat? Hm. Nichts Neues. Wie gross ist die Chance, dass er was getan hat, von dem du nichts weißt? Gross. Er war... Er hat mir nicht viel gesagt. Joel hatte viele Geheimnisse. Ich frag mich, was Tommy von all dem kennt. Er wüsste sich ja mehr darüber, welche Leute Joel verärgert hat. Er war und er nicht nicht noch mehr viel? Ob klar ist er nicht. Na gut. Das ist wohl nix, wenn er. Hey, sieh dir das an. Seerlet tauscht einen schlechten Machthaber gegen den nächsten. Ah das ist schon krass, hey. nur die roheli Ach, komm, jetzt ist das voll. Okay, jetzt kann ich es nehmen, perfekt. Okay, wo geht's? Hey, so viele Wege, das ist krass man, so gross ist die, das ist, ey. Hier geht's nicht weiter, ne? Oh, da, wo geht's weiter? Ich habe wirklich alles abgesucht, ne? Nur nicht, dass ich irgendwas vergesse, das würde mich so nerven. Ähm, bitte frage, wo geht LCS weiter? Ähm, hier kann ich kommen eigentlich. Nej. Jaja. Und da kommen wir. Äh. Jaja. 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 Wo geht's weiter? Man. Okay. Jaja. Ja, da war mir. Und da kommen wir rein. Scheiße man, die haben noch alles abgesucht. Jaja. 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 wenn man dort springen kann doch wie sagt man da ja perfekt ich kann die gebäude immer noch sehen machen auch andere wie viele bt das je kann man durch alle mir war das ist so krass diese riesen spiegel was fast 2 für mich beinahe ja ja Oh Oh Look at me, Marsch Look at me, Zookerin Jungen Which one? I believe not Good Shit All the schwede Äh, what One of them No Man, this QZ is huge, right Ziemlich huge Glaubst du, if you're sitting everywhere? Hoffentlich not Hier, this is not so funny The one The one The one The one Here The one Perfect I have brought this to me I can't film it 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 It's I can't film it I can't film it I can't film it Good, Asher I can't film it Aber wo gibt es jetzt... Ah, da gibt es so viele Wege. Warum? Warum machte ich das mit mir, Leute? Ja, wir haben natürlich noch leid, oder? So, verschöpft. 40 Stück. Schwertfreunde. Feuerraten. Komm, schnell. Jetzt müssen wir schnell sein, ne? Und dann nochmal Schrott. Bleiben wir bei dir. Gut. Das ist das so geil gemacht, dass man sieht, wie es L.M. machen. Aber... Äh, das Gericht könnte man eigentlich auch mal nehmen. Gute L-Kopf. Ich bin ein Schatzgericht, um so eine Waffenarbeitung zu verringern. Ich bin ein Schatzgericht. Ich bin ein Schatzgericht. ja nice hey dunkel Dino Was ist das? Das sind die Töches, die du hast. Oh, ich kann die Gatorze fangen, aber ... Ja, ist klar! Hallo? Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Woher kann ich mich nicht herrschen? Alter, leg mich fett! Willst du noch mehr? Nein. Wie viele haben die dir hinterher geschickt? So viele? Nein. Ich hätte jetzt gesagt, dass ich das Minikid auch verbraucht habe, dass ich volles Leben habe. Alter, das ist zu heftig, Bruder! Ach komm, wir brauchen eine Pille! Okay. Okay. gut ist die Frage voll lange! und das noch ein automatischer geil aber es ist nicht streng ok 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 müssen wir mal schauen Da ging es vielleicht sicher, da konnte ich mich sicher durchspringen, würde ich mal behaupten. Vielleicht kommen wir da weiter. Ja, ja Tina, das habe ich auch gesehen, aber okay, das ist wirklich nichts, meine. Perfekt, dann gehen wir weiter. Oh mein. Da war er mir noch nicht drin. Oh ja, geil, jetzt Infizierte. Ich liebe es. Ja, aber auch mich auch nicht. Ja. Ja. Ich sehe mal, ich gut. Ich sehe mal, ich gut, dann. Boah, Alter, geht das ab. Was sind das alle? Gut. Es geht los, am frühen Sonntagmorgen, falls deine Leute von der Strasse fährt, aber pass auf, was du sagst, wenn Isaac rausfindet, da das sich gerettet hat, bin ich dran. Es sollte schnell gehen, in deine Nachbarschaft sind nicht mehr viele Pferdeleute. Denn unsere Säuberungsaktionen werden alle in die Basis gebracht. Es sollte keiner ausflippen, deswegen das nur übergangsweise, damit wir in der Schlacht gut gegen Böse den Überblick behalten. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit ihr in einem Bett zu schlagen. Ah, das war eigentlich keine heimlichen Zettel, mehr ein bisschen blöd in das Studio. Rebecca. Diese WLS haben sich vor über 10 Jahren gegen das Militär gestellt. Warum sind die immer noch so heiß? Zu viele Eindringlinge können mir kaum durchkommen. Ich weiß nicht. Die Stadt sieht aus, als wäre sie voller Vorräte. Ich weiß nicht, warum sie diese Lösung sind. Alter, was? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht wenn menschen. Überatti. Es kann auch gehen, nämlich calentatremes Laval. Was? Nicht, dass mich wieder einer anspringt. Gut, perfekt. Perfekt, das komplett. Gut, Leben haben wir komplett aufgerüstet. Das ist Perfekto, Mann. Ach, was ist jetzt hier? Ah ja, das noch mal. Gut, jetzt kommen wir weiter. Das geht aber gar nicht weiter. Hä? Das muss doch hier weitergehen. Scheiße, Mann. Ach komm, Alter, wo geht das weiter? Willst du mich verarschen? Ähm. Mord, ich würde mal wieder gehen. Ja, aber nein, ist doch wahr. Ich denke, heute kann es doch auch nicht. Ah, Moment. Hä? Ey, ich schreck dich nicht mehr, weil ich rumliegen muss. Ich schwör's euch. Ja. Wie kommen andere jene überhaupt rein? Wieso? Genau so, dass die Türe rauskommen. Und du mich fragst, die Türe sind das Letzte. Es ist egal. Bleiben wollen, wollen wir nicht bleiben. Ja. Wie gesagt. Okay. Checkpropp, ne? Es ist egal. Dieses Stefanie ist einMomentrum. Immer. H stopped an denphen Schinesen. Ach so, wie truthifiable? Ach so, wie sucks, halt где iteraufend ist. alles gut держ вот. Indeed. Es hält trumpet genug. Heute expandiert nicht mehr. Aber wo sind jetzt? Okay. Ich bin wieder hier Mann, ey willst du mich komplett verarschen? Warum sind wir jetzt ja wieder hier? Ey wo geht das weiter? Ich glaube ich spinne Mann! Ja da war mir ja, das ist... Das ist scheiss Garage, ja aber... Wo geht das verdammt nochmal weiter? Schau doch, es gab vorhin zwei... Zwei... Aber jetzt sind sie irgendwie... Okay... Oh... Es ist aus! Sofort loslassen! Mal runter! Scheisse! So... Siehst du noch mehr? Noch nicht... Das ist gut gesagt, Dino noch nicht! Nur eine Minute zum reden! Du willst sie zum reden ziehen? Kannst du einen los? Schau mal, wir gehen jetzt hier runter! Das kann jetzt gut sein, ne? Ja, ich muss sagen... Schließt Gebäude rein! Was war im Kopf mal... Ups! Ach... So... Du bist da... Du bist da... Du bist da... Ich fick das mit dem Zurücksetzen nicht hin... Du kannst das jetzt machen... Scheisse! Hinterhalt! Hier drüben! Weiter! Du bist da... Du bist da hier drüben! Wie? Wann wo? Unter... Ust nie! Jed Okay! Du bist da! Was ist das? Ach, hier gibt es meine Munition. Ja, okay. Ja, ist klar, ne? Ey, komm! Ja, geil, ich hab kein Leben mehr. Und jetzt? Ach, f***, man, ehrlich. Ja, geil, Moltov wäre schon besser gewesen, aber ich hab kein Leben mehr. Ey, wie lange lädt die noch? Ja, ich hab keine Angst. Oh, mein Nefes! Oh, mein Nefes! Ja, ich hab kein Leben mehr. Ja, ich hab keine Angst. Aber ich weiß nicht, dass ich nicht nur noch keinen Fehler bin. Ja, ich hab mich. Nicht nachlassen! Ich bin dran! Wo sind sie hin? Gebiet durchkämmen. Lasst sie nicht entkommen. Die sind in den Opern. Lekker. Ai, ai, ai. Das ist zu krank, diese Stelle. Ich habe sonst schon kein Leben mehr. Das sieht gar nicht so gut aus. Das sieht gar nicht so gut aus. Ich bin dran neben. Ja, wie komme ich in den Open Shop? Ja, wie komme ich in den Open Shop? Ich bin dran. 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 Ich glaube ich nicht, dass da alles ruhig ist. Warte, warte doch noch einen. Meine Presen. Ja, klar, ich kann schon diese Sätze nicht nehmen. Hey, wie lange glaube ich? Da wäre ich wieder mal. Oh, ja. Ja, aber wir kurz noch runter. Ja, ja. Nein, das war nicht das einzige Gebäude, wo man reinkommt. Ich will mich noch umschauen. Ich halte nichts zu nehmen. Äh, warte kurz so. Ja, leer. Geil. Okay, wir müssen gleich die Folge beenden. Und dann noch ein bisschen leben. Geil. Ja, und da drüben ist da auch mal kein Gebäude. Da muss ich noch mal Sachen geben zum Blenden, ne? Oder... Auch nicht. Wohl. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Moment. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Oh nein, das... Ich dachte doch nicht, dass dort ein Klickl steht. Was ist da vorladen? 1 können wir noch verwenden dass wir vor dem leben haben okay das fast ramba gut da haben wir alles machen wir in der nächsten folge weiterhin gut liga ist voll gut freunde ja noch sagen wir in der nächsten folge hier weiter das war es von dieser folge sonst werde ich auf was weitergeht haha sucherei war so scheisse ja leute bei einer krassen folge gut und jetzt kommen wir wieder hoch ah ja so noch kurz sehr hoch und dann beenden wir ich habe mich alles gezogen bitte 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 aber hier geht es ja hoch bitte oh mein Gott wir haben hier noch in der deck oh bin ich blöde ey ja kein Minikid ja 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 ja